Mein Hauptforschungsinteresse ist das Programmieren von Computeralgorithmen für die biomedizinische Forschung. Speziell schreiben wir Software, die Proteine modellieren kann. Proteine sind Moleküle im menschlichen Körper, wo viele Wirkstoffe binden und ihre Wirkung entfalten. Um solche neuen Wirkstoffe zu entwickeln, muss man die Struktur und die Funktion dieser Proteine verstehen. Experimentell ist das ein sehr langwieriger und teurer Vorgang. Durch unsere Vorhersagen am Computer können wir die Forschung deutlich beschleunigen. Vorteile sind, dass wir im Computer Vorhersagen machen können, welche Wirkstoffe zum Beispiel aktiv sind und dann im chemischen Labor nur die Moleküle synthetisieren müssen, die vorher im Computer vorhergesagt wurden als wahrscheinliche Kandidaten für Wirkstoffe. 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 Wirkstoffe.